Suha, warum sind keine Videos gekommen? Suha, warum postest du es nicht mehr? Suha, warum bist du nicht mehr aktiv? Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden, aber nicht nur das. Ich habe mir für das heutige Video ein paar Notizen gemacht. Ich möchte so ein bisschen auch so ein bisschen an das Interview anknüpfen, was ich mit Fox hatte vor zwei Wochen beim Invitational. Und so ein bisschen die Thematik beleuchten, warum ich nicht hochgeladen habe, beziehungsweise auf Twitch nicht mehr aktiv bin und so auch generell wenig Lebenszeichen von mir gegeben habe. Corona hat uns alle betroffen, also auch die, die sagen, Corona hat sie nicht wirklich effektet. Ich bin einfach jetzt so ehrlich und sage euch, mich hat Corona mental sehr hart getroffen. Auch körperlich hat Corona mir nicht gut getan. Wie man unschwer erkennen kann, sind da einige Kilos dazugekommen. Auch wenn ich sagen würde, dass ich jetzt schon wieder auf einem besseren Weg bin wie vorher. Also hättet ihr mich vor sechs Monaten gefragt, ob ich ein Video aufnehme, dann hätte ich wahrscheinlich das Ganze beneint und sage, nee, danke. Ja, aber warum kamen jetzt keine Videos mehr? Falls ihr euch erinnern könnt, ich bin, nachdem ich bei G2 meinen Vertrag beendet hatte, wo wir auch heute noch drauf eingehen werden, was da damals alles passiert ist und wie da so die Historie war, bin ich zu AimLab gegangen. Und in der Zwischenzeit zwischen AimLab und G2, also G2 und AimLab, habe ich praktisch Vollzeit-Content gemacht. Ich habe jede Woche ein oder zwei Videos hochgeladen, ich habe fast jeden Tag gestreamt und auch viel Spaß daran gehabt, mit euch zu interagieren. Ihr seid eine super Community, gar keine Frage. Ich habe immer viel Liebe von euch bekommen und habe auch jetzt in den Kommentaren zum aktuellen Video und auch in meinen Shorts und auch auf meinem TikTok-Kanal, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, TikTok.com.s.ua-FPS, viel Liebe bekommen oder viel positives Feedback bekommen und Kommentare von Leuten, die sich einfach freuen, dass ich wieder was hochlade. Und ich glaube auch einfach so, dass ich das einfach euch schuldig bin, als Vertreter der deutschen Rainbow Six Community weiter guten Content für euch zu machen. Ich selber spiele aktuell nicht so viel Rainbow, aber ich habe mir vorgenommen, diesen Podcast-Stil, so das, was ich jetzt hier mache, ist ja ein Solo-Talk-Video-One-Take, also ich versuche hier so zu wenig wie möglich zu editieren. Das Ganze ist auch nicht geskriptet, sondern das ist wirklich jetzt einfach frei Schnauze herausgelabert. Und ich hoffe, dass euch dieser Stil gefällt, das Solo-Podcast, in Anführungszeichen, den ihr im Hintergrund haben könnt. Ihr könnt euch meine wunderschöne engelsgleiche Stimme im Hintergrund anhören. Das Video hier wird sich jetzt nicht großartig verändern, also das heißt, es läuft jetzt im Endeffekt mein Gesicht. Ich werde reden, es kommen ein, zwei Einblendungen, hier und da vielleicht mal ein Shoutout an meine eigenen Kanäle. Und ich möchte das aktiver machen, ich habe sehr Bock drauf, also wie gesagt, das Feedback war super. Und das hier ist jetzt so das Kick-Off-Video, wo ich einfach euch erkläre, warum, wieso, weshalb. Also da habe ich ja im Endeffekt gerade schon drüber gesprochen. Und im heutigen Video behandeln wir den Abstieg des G2-Superteams. Also ich war ja mittendrin, statt nur dabei, was das Thema anging. Und dafür müssen wir ein paar Jahre zurückspulen in das Jahr 2020. Wer sich erinnern kann, im Jahre 2020 beim Invertational haben wir uns nicht qualifiziert. Wir sind im vorherigen Jahr beim Rallye-Major nur Zweiter geworden, haben in der EU-League nicht gut performt, sind dadurch nicht auf die Pro-League-Finals gekommen. Und sind dann im Open-Qualifier gegen ein unbekanntes Team, in Anführungszeichen, rausgeflogen. Und standen dann wirklich vor einem absoluten Scherbenhaufen als Team. Denn als amtierender Weltmeister sich nicht für die nächste Weltmeisterschaft zu qualifizieren, ist so ein Move, den kennt man eher von der deutschen Nationalmannschaft und nicht von uns. Das war so das erste Mal, dass dieses Team so ein richtiges Down erlebt hat. Und glücklicherweise gab es einen Invite, also für die, die noch nicht so lange dabei sind bei Rainbow Six, es gab beim Invitational 2020 einen 16. Slot, der nicht befüllt war. Das bedeutet, Ubisoft hat sich das Recht vorbehalten, ein Team einzuladen. Es gab dort einige Teams, die dort im Gespräch waren. Das waren, glaube ich, Team Secret, Space Station und uns. Und wir haben dann den Invite bekommen, auch meinen Augen zu Recht, denn wir sind der amtierende Weltmeister gewesen. Wir haben in dem Jahr das Invitational gewonnen, zweiten Platz bei Major gemacht und haben auch an sich national beziehungsweise regional in den Top 3 gespielt und durften dann dank Ubisofts Hilfe 2020 zum Invitational fahren, wo wir dann wirklich das erste Mal richtig als, also wirklich als richtiger Underdog ins Turnier gegangen sind. Und das war eine Position, die wir so nicht kannten, die aber für uns sehr komfortabel war. Es gab keine, also es gab wirklich keinerlei Erwartung an uns. Und als wir dann trotz alledem es geschafft haben, in unserer Gruppe gut zu performen, wir haben in der Gruppe gut performt, ja, aber meiner Meinung nach hatten wir eine sehr einfache Gruppe gehabt, was ich damals natürlich gefeiert habe. Also ich habe mich natürlich gefreut, dachte mir, das ist komplett free, in der Gruppe hier drin zu sein. Aber wenn man sich es rechts überlegt, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass man als 16. gesiedeltes Team in die schwerste Gruppe reinkommt, was wir zum Glück nicht hatten und sind dann relativ einfach aus der Gruppenphase rausgekommen und dann in den Playoffs, das ist dann die erste Runde Playoffs, die noch nicht onstage gespielt wird, haben wir als Gegner gehabt Nip. Nip war unser Gegner, gegen die wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber dann durch einige kleine Fehler und auch durch dieses Brodeln im Team, also es hat im Team intern sehr stark gebrodelt, weil wir halt natürlich alle mit unserer Performance des Jahres nicht zufrieden waren. Und ich meine, jeder kennt Fabian. Fabian war überhaupt nicht cool damit, dass wir eingeladen wurden. Also er war davon überzeugt, dass wir es nicht verdient hätten oder nicht verdient hatten als Team, eingeladen zu werden. Die Meinung habe ich damals nicht geteilt. Wenn ich heute darüber nachdenke, teile ich die Meinung immer noch nicht. Wir waren in dem Jahr das zweiterfolgreichste Team des Jahres gewesen und durch diese kleinen Konflikte, das war jetzt nichts Großes, also wir hatten schon größere Konflikte während des Turniers gehabt, wo es dann auch, ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus, da kann man jetzt auch offen drüber reden, es gab auch die ein oder andere Handgreiflichkeit zwischen Spielern während Turniers, also während eines Turniers, wo man sich dann wirklich im Endeffekt gegenseitig an die Gurgel gegangen ist, also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern for real, for real an die Gurgel gegangen ist. Und wir waren als Coaching-Staff eigentlich davon überzeugt, dass wir das als Team durchstehen können. Es gab intern dann aber zwei Lager, beziehungsweise es waren sogar drei Lager, würde ich sagen. Es gab einmal die Fraktion Fabian muss weg, das war ein Großteil des Teams gewesen. Es gab die Fraktion Fabian muss bleiben, das war dann so ein bisschen meine Wenigkeit, auch wenn ich so ein bisschen zwischen den Stühlen stand, denn ich wollte, dass Fabian bleibt, ich wollte aber anders spielen, das habe ich ja auch im Interview mit Fox einmal angesprochen. Wir waren ja als Team eigentlich immer für unser Teamplay bekannt und das hat auch bis 2020 super funktioniert, aber irgendwann kam halt so der Zeitpunkt, wo auch andere Teams einfach es geschafft haben, gut zusammenzuspielen und ich war davon und bin heute immer noch davon überzeugt, dass wenn wir ein bisschen mehr Zeit in die Grundidee gesteckt hätten, die ich damals hatte, das kann ich ja kurz anschneiden, wir haben ja hier Zeit, das ist ja ein Podcast-Video, hätten wir damals diesen Checklist-Siege, habe ich das immer genannt, also Objective-Based-Gameplay, um da einfach mal ein ganz simples Beispiel zu nennen, wir attacken Oregon, unsere Checkliste ist Big Tower-Kontrolle, Ethic-Kontrolle, Master-Kontrolle, aber die Reihenfolge, in der wir diese Sachen erfüllen, ist nicht vorgegeben, also viele Teams haben ähnlich gespielt, die wollten Kontrolle über diese drei Bereiche haben, aber sie haben es immer in einer festen Reihenfolge gemacht, haben immer Master eingenommen, beziehungsweise am Anfang der Runde Big Tower eingenommen, Master eingenommen, Ethic eingenommen und ich war davon überzeugt, dass wenn man dort, wo die Möglichkeit am einfachsten ist, die Kontrolle zu übernehmen, wenn man sieht, okay, die Defense ist relativ schwach auf der Master-Battroom-Seite, man nimmt Master dann als erstes ein, um einfach dann den ersten Checklist, also den ersten Haken an die Checklist zu machen und das geht natürlich noch ein bisschen deeper, also das ist jetzt nur so ein Beispiel gewesen, aber es ist sehr schwer, das jetzt für mich zu erklären, ohne daraus ein 40-Minuten-Video zu machen, wie man als Team die Meta definieren möchte oder seinen Spielstil definieren möchte, also das geht dann noch so ein bisschen in den Fußball rein, wo man sagt, der eine Trainer, der fährt seit 20 Jahren 4-3-3 und der andere spielt einen 4-2-1-2 oder, also ich kenne mich für Fußball nicht aus, also bitte hatet mich nicht in den Kommentaren, wenn es sowas wie ein 4-2-1-2 nicht gibt, das habe ich mir gerade random einfach ausgedacht oder irgendwo mal aufgeschnappt, das waren so die zwei Philosophien gewesen, der eine wollte das eine und ich wollte was anderes und dadurch gab es diese Reibereien, nach dem Invitational, also um jetzt ein bisschen voranzukommen, wir reden jetzt hier schon seit 10 Minuten, nach dem Invitational sind wir dann nach Berlin gezogen und in der Zwischenzeit waren wir auch schon mal in Berlin gewesen und haben uns unsere neue Facility angeschaut, das war damals im Level in Berlin-Mitte, wir haben auch da in der Nähe dann gewohnt und Fabian war damals noch dabei gewesen und er war sehr hyped für uns einfach als Team, dass wir zusammenziehen wollen und dann auch aus einer Gaming-Facility raus spielen und das war damals ein Zeitpunkt, wo die Entscheidung, also die Mehrzahl hat damals schon entschieden, dass er das Team verlassen wird im nächstmöglichen Transferfenster und das war natürlich so ein bisschen bittersweet, weil er halt sehr hyped für die ganze Geschichte war und ich bin froh, dass ich damals nicht die undankbare Aufgabe hatte, mit Fabian darüber zu sprechen, dass seine Zeit als Team-Captain und IGL zu Ende geht. Nachdem das Ganze dann entschieden war, haben wir gesagt, wir machen jetzt hier einen harten Cut, wir fangen jetzt an mit einem neuen Kapitel und das neue Kapitel war dann das G2-Super-Team. Also das G2-Super-Team war dann das Line-Up Citizen, Virtue, Kanto Racketti, Pengu, Uno, zusammen mit Shersen Sua in der Coachrolle und Julius in der Team-Manager-Rolle und wie das Ganze sich dann entwickelt hat in der Facility erfahrt ihr im nächsten Video von Suas Solo-Podcast. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Ich freue mich wirklich sehr über jeden Kommentar, den ihr schreibt und falls ihr das Video bis hierhin angeschaut habt, postet doch einfach mal einen Emoji von einem Baum in die Kommentare, um die Leute zu verwirren, die es nicht bis zum Ende geguckt haben. Jeder, der einen Baum in die Kommentare schreibt, wird auf jeden Fall ein Herz von mir bekommen. Ich danke mich wirklich sehr, dass ihr mir zugeschaut habt, wünsche euch noch einen super Tag und ein schönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns auf einem meiner anderen Social-Media-Kanäle, auf allen Plattformen heiße ich SuaFPS, auf TikTok, Instagram, Twitter und auch auf Twitch. Twitch bedienen werde ich erstmal nicht, also ich habe jetzt nicht vor, regelmäßig zu streamen, aber auf TikTok poste ich regelmäßig Content und möchte auch einfach ein bisschen mehr von mir als Person mit euch teilen, also ein bisschen auch von Rainbow Six loszukommen. Aber mein Kerngeschäft ist natürlich Siege und wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht in Länge ziehen. Ich bedanke mich recht herzlich. Der Kuss geht raus, wie immer an euch und vielen Dank, dass ihr so eine tolle Community seid. Kuss, Kuss, auf Wiedersehen. Kuss, Kuss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.